Hi Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen Video. Ich habe mir gedacht, dass wir mal ein Frage-Antworte-Video machen. Haben wir damals mal gemacht, ein paar können Sie sich vielleicht noch daran erinnern. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es nicht schlecht, dass wir sowas nochmal machen. Schreibt gerne mal rein, unten in die Kommentare, was ihr Fragen so an mich habt. Dann kann ich vielleicht auch ein paar Fragen beantworten. Ich wollte mich auch mit diesem Video mal bedanken für die krassen Abonnentenzahlen. Dass wir jetzt schon 765 Abonnenten haben, ist extrem krass. Wir sind extrem krass gestiegen in der letzten Zeit. Kurs geht raus an jeden, der ein Like und immer auch ein Abo dagelassen hat. Immer schön die Glocke aktiviert hat. Das sind bei den Livestreams immer meistens zwischen 20 und 30 Zuschauern. Das ist extrem krass. Die Livestreams haben extrem viele Aufrufe. Manche Livestreams haben 120, 200 Aufrufe, sowas, um den Dreh. Deswegen, also kurs geht raus an jeden, der immer die Livestreams schaut. An jeden, der diesen Kanal abonniert hat. Das ist einfach movement. Manche Livestreams habe mirbaummm behandelt. Ja, manche Livestreams haben nur 15- achtividThere bitte ein oder five Minuten. Manche Livestreams hat 8.